Lieber Jubilar, liebe Familie Raasch, verehrte Gäste, das ehrenvolle Anliegen des Kollegen Tinnefeld, ich möge die Laudatio im Rahmen dieses Festaktes übernehmen, hat bei mir spontan eher Bedenken als freudige Überraschung ausgelöst. Wir kennen uns, lieber Jubilar, seit über 50 Jahren. Ich habe schon früh als Student in Kiel in Ihnen einen väterlichen Freund gefunden, der mich seit der Zeit in meinem privaten Leben und in meinem beruflichen Lebensweg ohne Unterbrechung und freundschaftlich begleitet hat. Meine Befürchtung, kann man trotz dieser engen persönlichen Bindung überhaupt den nötigen Abstand haben, um den Jubilar in seiner Persönlichkeit und in seinem Wirken angemessen zu würdigen. Es ist schließlich der Blick auf die Internetseiten bei Wikipedia und Google, der mich bewogen hat, dem Wunsch des Kollegen Prof. Tinnefeld nachzukommen. Denn die dort verzeichneten Informationen in den Rubrigen Leben, Ehrungen, Werke bei Wikipedia bzw. Bibliografie, Sprachenrat Saar und Biografisches bei Google.com mögen für den gezielten Zugriff auf einzelne Informationen hilfreich sein, für mehr aber auch nicht. Vor allem nicht, um in dem beruflichen Zusammenhang die Persönlichkeit, den Menschenalbatrag, erkennen und verstehen zu lassen. Ich denke, dass jede Person, die den heutigen Festakt zum Anlass nimmt, um Professor Raasch zu gratulieren, gerade diese Dimension als besonders beeindruckend und nachhaltig erfahren hat. Eine der ersten Publikationen von Albert Raasch, die ich am Ende der 60er Jahre gekauft habe, ist die Anthologie motivgleicher französischer Gedichte, die 1965 bei Gisterweg erschien und die den Titel trägt Thème, c'est variation dans la poésie française du 15e au 20e siècle. Thème, c'est variation, diese beiden Begriffe in ihrer Verknüpfung bieten eine geeignete Hilfe für einen nach Strukturierung suchenden Laudator angesichts der vielfältigen Lehr- und Forschungstätigkeiten, sowie eines facettenreichen und intensiven Engagements der zu ehrenden Person über Jahrzehnte hinweg. Mein erster Zugriff auf das Begriffspart Thème, c'est variation, betrifft die geografische Verortung des Jubilats. Um zu verdeutlichen, was ich damit meinte, nehme ich Bezug auf die folgende kleine Begebenheit. In einem Gespräch mit einer jüngeren Kollegin kamen wir auf Professor Raasch zu sprechen. Beinäufig und gleichsam vergewissert sagte sie, der kommt aus Saarbrücken, nicht? Lieber Jubilar, was für Außenstehende in Anbetracht der jahrzehntelangen Tätigkeit im Saarland und des unermüdlichen Engagements nicht nur für das französische, sondern für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Stichwort Sprachenrat Saar, oft vergessen wird, ist, dass sie ja schließlich Holsteiner, ein Kieler Jung sind. Bei einem unserer letzten Treffen verband sich der gemeinsame Blick über die Kieler Förde auf das Ostufer und hoch zu den Wolkenbergen am blauen Ostseeme mit einem Rückblick auf Personen und Ereignisse am Ende der 60er Jahre an der damaligen Pädagogischen Hochschule und der Kieler Universität. Der Wechsel an die Universität des Saarlandes Anfang der 70er Jahre hat an der heimatlichen Verbundenheit mit Norddeutschland, Schleswig-Holstein und der Stadt Kiel wenig verändert. Bemerkenswert ist zugleich, dass es dem Jubilar gelungen ist, sich trotz dieser Verwurzelung in Schleswig-Holstein im Saarland und in Saarbrücken so einzuleben, dass man heute die wissenschaftliche Leistung fast ausschließlich mit der Tätigkeit an der Usität des Saarlandes in Verbindung bringt. Legendär sind die wöchlichen Fahrten mit der Deutschen Bahn ab Anfang der 70er Jahre zwischen Kiel und Saarbrücken. Da der ICE erst 1991 zum Einsatz kam, wurde die Strecke vom Jubilar wöchentlich vorgehend im Lachzug zurückgelegt. Es ist aber wohl ein Gerücht, dass Albatrasch im Laufe der Zeit die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter persönlich mit Namen kannte. Nach dem Ruf an die Universität des Saarlandes 1973 wurden Erfahrungen aus Kiel in die neue Wirkungsstätte eingebracht. Nach der Arbeitsgruppe für Angewandte legen müssen sie Kiel, ALF Kiel, wurde zügig die ALF Saarbrücken ins Leben gerufen. Die persönliche Initiative zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Brest im Jahr 1964 kann sicherlich als ein erster Baustein für ein lebenslanges, grenzüberschreitendes Engagement angesehen werden, das in vielfältiger Weise im Saarland vertieft und ausgeweitet wurde. Die Gründung der Europaregion Saarlow-Lux im Jahr 1980, die Durchführung von Kollopionen und Kongressen im Rahmen des UNESCO-Projekts Linguapax, sowie die sich anschließenden Publikationen in der von Albert Raasch mitbegründeten Publikationsreihe Sallus, sind Meilensteine, die mit seiner Arbeit am Lehrstuhl für Angewandte Linguistik und Sprachlehrforschung an der Universität des Saarlandes nachhaltig verbunden sind. Die Schlange und das Kaninchen lautet der provokate Titel eines Kongressbeitrags, den der Jubilar auf dem Kongress der Gesellschaft für Angewandte Linguistik, GAL, im Jahr 1980, also vor 40 Jahren, in Darmstadt gehalten hat. In den noch heute lesenswerten Artikel ging es schon damals um die Beziehungen zwischen Linguistik und Fachdidaktik. Diese Reminiszenz führt zu einer weiteren Verortung eines Tätigkeitsbereichs in dem Begriffspaar Thème des Variations. Dem bis heute diskutierten Spannungsfeld von Fachdidaktik und den sogenannten Bezugswissenschaften galt stets das besondere Interesse des Jubilais. Nicht nur die Mitarbeit, sondern auch die Übernahme verantwortlicher Positionen in nationalen und internationalen Organisationen, die der Erforschung dieser Beziehung sowie der Durchsetzungssprachen politischer Ziele verpflichtet waren, sind untrennbar mit dem Namen Albert Raasch verbunden. Vermutlich könnte Frau Bretter, langjährige Sekretärin am Lehrstuhl Raasch in Saarbrücken, eine mehrwendige Publikation schreiben, die die umfangreiche Korrespondenz mit Personen und Institutionen im In- und Ausland zum Gegenstand hatten. Es waren oft unruhige Zeiten und Entwicklungen, in denen einerseits die wissenschaftliche Expertise, andererseits eine Mittler-Tätigkeit bzw. eine Bereitschaft zur Schlichtung und Übernahme von Verantwortung durch Albert Raasch gefragt worden. Drei Institutionen seien stellvertretend für andere genannt. Studierende in der Lehrveranstaltung zum Wortschatz lagen, kamen schnell die Unterscheidung zwischen Type und Token und wussten unter anderem zu erklären, was ein Großzeug ist. Sie waren aber ebenso durch Albert Raasch informiert über Ort und Datum des Jahreskongresses der GAL und nach dem Erscheinen des Kongressbandes wurde die Publikation im Seminar herumgereicht. Kurze persönliche Rückmeldung zu Kongressthemen und Diskussionen der GAL und der internationalen Organisation EILA führten Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Zentrum sprachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Forschung. Diese Wirkung nach außen verwandt sich mit einem starken Engagement für die GAL nach innen, in dem in Krisenzeiten dank der Persönlichkeit des Jubiläars Rücken gebaut und Leben zugeschüttet wurden. Albert Raasch hat Verantwortung übernommen und auf diese Weise einen maßgeblichen Beitrag für das Überleben der Gesellschaft geleistet. Nicht weniger engagiert war die Mitarbeit im Fachverband Moderne Fremdsprachen, FMF, heute GMF. Auch dort war es das hohe fachliche und menschliche Ansehen, das die Sache vorangebracht, hitzige Debatten zwischen Personen geglättet und in vielen Fällen zu einem Ausgleich der Interessen der Landesverbände mit dem Interesse des Bundesvorstands geführt hat. Die jahrzehntelange Tätigkeit als Mitglied der Schriftleitung der neusprachlichen Mitteilung aus Wissenschaft und Praxis war geprägt von dem Bestreben, diese Zeitschrift zu einem anspruchsvollen Forum wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Blick auf das Lehren und Lernen von Sprachen zu machen. Mit den von Albert Raasch gegründeten Zeitschriften Französisch an Volkshochschulen und Zielsprache Französisch wurde einem weiten Publikum der Blick auf den Bereich der Fremdsprachenvermittlung im Erwachsenenbereich geleistet. Die Tätigkeit für den Deutschen Volkshochschulverband ist deshalb so bemerkenswert, weil damit ein Arbeitsfeld der Fremdsprachenforschung in den Blick der wissenschaftlichen Diskussion gerückt wurde, der es erlaubte, innovative Ansätze weitgehend ungeachtet administrativer Vorgaben bei der Fremdsprachenvermittlung umzusetzen und der die Orientierung für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen im Erwachsenenbereich in den Kontext eines lebenslangen Lernens stellte. Der Titel der Lehrveranstaltung im Sommersemester 1970 vor 50 Jahren lautete der Sprachentest und seine linguistische Problematik. Die Einführung des vom Jubilar mitentwickelten VHS-Zertifikats löste in Kooperation mit dem Goethe-Institut und dem Europarat in Straßburg eine Neureflexion zu Zielen und Inhalten sowie vor allen Dingen Abschlüssen des Fremdsprachenunterrichts in Europa aus, für die unter anderem heute die Begriffe europäischer Referenzrahmen und Bildungsstandards stehen. Das Gespür, neue Entwicklungen zu antizipieren und die Entschlossenheit, sich nicht auf einer Person, auf einer Position auszuruhen, sondern etwas zu bewegen, nach vorne zu bringen, zeichnen Albert Grasch bis heute aus. Ob es große nationale oder internationale Kolloquien, wie etwa LinguaPax 3 im Jahr 1990 in Dabrücken oder kleine Fortbildungsveranstaltungen mit sechs bis zehn Damen und Herren waren, die als Unterrichter an einer Volkshochschule in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt für ihren Unterricht dazulernen wollten, immer war die Bereitschaft da, sich mit der eigenen Arbeitskraft für die Sache einzusetzen. Thames et Variations mit Bezug auf die Person Albert Raasch muss auch einen Abschnitt enthalten, der dem Arbeitsethos des Jubiläums gewidmet ist. Es geht um die Frage, woher Albert Raasch die Energie genommen hat, um über Jahrzehnte in herausragender Weise in Lehre und Forschung zu arbeiten und sich zugleich in so vielfältiger Weise für den Fremdsprachenunterricht, nun die deutsch-französische Verständigung zu engagieren, ohne dass man irgendwann Missmut, Unlust oder Anzeichen eines Burnouts spürte. Eine Antwort auf diese delikate Frage und auf eines zugleich sensiblen und variantenreichen Zugangs. Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Studierenden hatten nie den Eindruck, dass Albert Raasch seine berufliche Tätigkeit als Last empfunden hätte. Im Gegenteil. Immer wahr und der bemerkenswerte Zustand hält ja bis heute an, ist es eine ganz tief verankerte Überzeugung, dass, wie der Jubilar es mir im Gespräch einmal ganz deutlich gesagt hat, dass Sitzen auf dem Sofa am warmem Ofen nicht mit seinem Arbeitsethos und seiner Sinngebung des Lebens vereinbar sein. Sich öffnen für neue Entwicklungen, aktiv Dinge voranbringen – diese Einstellungen, Albert Raasch, haben Albert Raasch immer inspiriert und ihm Kraft für einen im Sinne des Wortes unermüdliche Arbeit gegeben. Und wer mit ihm zusammen eine Idee umsetzen wollte, der musste bereit sein, diese Vision zu teilen und dafür auch intensiv zu arbeiten. Die permanente Anleitung von neuem Wissen verbunden mit der Kontaktaufnahme zu Personen und Institutionen verfolgte immer das Ziel, bestehende Sachverhalte und Strukturen zu verbessern und somit einen persönlichen Beitrag zur Stärkung gesellschaftlicher Strukturen zu leisten. Die zahlreichen Ehrungen, die dem Jubilar in dem Zusammenhang verdient, zuteil geworden sind, unterstreichen die positive öffentliche Resonanz und Anerkennung für seine Arbeit. Aber entscheidender war und ist dem Jubilar, dass seine Innovationen und Visionen in vielen Bereichen gelebte Realität geworden sind. Die Gründung des Sprachenrates Saar im Jahr 1991 ist dafür ein merkantes Beispiel. Ein zweiter Faktor ist sicherlich ein bemerkenswerter Umgang mit dem Faktor Zeit. Nach dem Urteil nahestehender Personen zu urteilen, gab es für den Jubilar nie eine vorab definierte zeitliche Grenze für die Arbeit im Tagesablauf. Sicher bedeuten die Durchführung von Lehrveranstaltungen, die Teilnahme und Sitzung Universitärer Gremien oder das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen eine Begrenzung der Zeit für die persönliche Arbeit. Aber schließlich gab es ja noch die Abendstunden im Arbeitszimmer bis Mitternacht oder länger, die bereitwillig und ohne Bedenken genutzt wurden. Schließlich darf ein sehr persönlicher Aspekt nicht unerwähnt bleiben. Ich erlaube Ihnen zu sagen, dass aus der Familie Kraft für die bemerkenswerte Lebensleistung erwuchs. Das Verständnis und die Unterstützung durch Sie, liebe Frau Rasch, das Begleiten des Aufwachsens der Kinder Angela und Ingo, sowie das Verfolgen ihres Weges in die Selbstständigkeit, der Garten und das schöne Haus im Wolfsee, die Freunde in der Heimat, dies waren und sind Instanzen, um Abstand zum beruflichen Alltag zu finden und um zugleich Kraft für den Arbeitsalltag zu schöpfen. Die Überleitung zu einem letzten Kapitel unter dem Stichwort Thames et Variations schließt sich nahtlos an. Trotz der enormen Arbeitsleistung, die sich der Jubilar in seinem Leben zugemutet hat, ist Albert Rasch auch in schwierigen Situationen immer bemerkenswert, ruhig, konzidant und freundlich gewesen. Die Ruhe und die Freundlichkeit sowie das geduldige Zuhören sind Eigenschaften, die, wenn mit Kolleginnen und Kollegen die Rede auf die Person des Jubilars kommt, immer wieder angesprochen werden. Und der ruhige, sonore Tonfall der Namensnennung am Telefon, Rasch, lässt bei jeder Person am Ende der Leitung vorbereitete kritische Bemerkungen, Klagen oder Beschwerden sofort ins Leere laufen. Ungeachtet, ob es sich um schriftliche oder mündliche Äußerungen handelt, immer bleibt die Stellungnahme freundlich und verhalten. Aus Gesprächen mit Studierenden und Mitarbeitern und Mitarbeitern sind mündliche Interventionen von Albert Rasch legendär, die etwa lauten, muss das so sein? Könnte man das auch anders formulieren? Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Die Favorisierung des indirekten Sprechaktes ist ein Merkmal, das das kommunikative Verhalten von Albert Rasch in Gesprächssituationen auszeichnet. Die Absicht ist unbestreitbar. Die hohe Sensibilität für das Medium Sprache in Wort und Schrift verbindet sich mit einer vorurteilslosen Wertschätzung des Gesprächspartners, männlich oder weiblich, und dem Anspruch, die eigene andere Sicht der Dinge zu artikulieren, ohne die Person gegenüber zu verletzen. Eine ethische Grundhaltung, lieber Jubilar, die von vielen Freunden und Bekannten geschätzt wird, die aber zugleich viele Personen beispielhaft geprägt hat. Und es ist vermutlich auch die Kenntnis um diese menschliche Seite des Wissenschaftlers Albert Rasch, die zu vielen Anfragen geführt hat, um Konflikte zu schlichten, um in Berufungskommissionen mitzuarbeiten oder um bei Stellenbesitzungen die fachliche Expertise einzubringen. Teilens der Variation dieser Veröffentlichung aus früher Zeit war der Kompass, der es erlaubte, das Schiff beladen mit den Beobachtungen, Erfahrungen und Fakten durch das große Meer des Lebenswerks des Jubilars zu steuern. Lieber Albert Rasch, jede Person, die Sie kennengelernt hat, jeder junge Mensch, der die Chance hatte, von Ihnen im Studium ausgebildet zu werden, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, ganz zu schweigen von den vielen Personen und Verlagen sowie den nationalen und internationalen Organisationen, die Ihnen begegnet sind, für alle gilt in der Abwaltung des bekannten Chansons von Johnny Hallyday, der Spruch »On a tout ce que chose en nous d'Albert Rasch«. Bei allen Personen haben Sie mit Ihrer hohen fachlichen Kompetenz, Ihrem Engagement und Ihrem Arbeitsansatz und Ihrer beispielhaften Menschlichkeit Spuren hinterlassen. Heute ist ein schöner Augenblick für uns alle, dass wir den Jubilar bei guter Gesundheit in unserer Mitte haben, um auf diese Weise unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Aspekt zum Ausdruck zu bringen. Lieber Albert, ich weiß um Dein Interesse an der Romania, um Deine Zuseihung zur latanischen Sprache, so lege es nahe mit dem traditionellen »Ad multus annus« die Ausführung zu beschließen. Ich komme aber ebenso gerne mit Blick auf unsere gemeinsame Heimat Schleswig-Holstein, auf dem plattdeutschen Spruch von Mathieu Flors zurück und rufe hierzu »Ad go uns wohl, ob unser holen Tage«.